Heyo Leute, Crymax hier und heute werde ich euch zeigen wie ihr wirklich in innerhalb von 5 Sekunden jedes erdenkliche Pegasus Fahrzeug duplizieren könnt. Dafür begebt ihr euch einfach nur mit dem Fahrzeug vor ein LS Customs und lasst einen Kollegen einsteigen. Nun holt ihr euch irgendein x-beliebiges Auto und fahrt damit ins LS Customs hinein. So und weil euer Kollege dann noch in dem Fahrzeug drin sitzt, wird dieses dupliziert oder besser gesagt despawnt dieses nicht und dann könnt ihr es einfach wieder bei Pegasus anfordern. Also wirklich sehr einfach dieser Glitch und deswegen finde ich diesen auch so praktisch, weil Pegasus Fahrzeuge doch mal ganz teuer werden können, wie zum Beispiel ein Panzer oder ein Buzzard Kampffeli und so hat man dann eben doch zu zweit seinen Spaß mit diesen Fahrzeugen. Ja, wenn ihr dann wieder rausgekommen seid, dann könnt ihr einfach wieder bei Pegasus anrufen und das gleiche Fahrzeug anfordern. Wenn ihr dann noch eine SMS von Pegasus bekommt und darin steht, dass das Fahrzeug wieder quasi zerstört wurde oder wieder eingeliefert wurde, dann habt ihr nämlich alles richtig gemacht. Aber natürlich ist dem nicht so, weil ja euer Kollege noch immer in dem Fahrzeug drin sitzt. Und nun könnt ihr euch einfach wieder zu dem neu angeforderten Pegasus Fahrzeug hinbegeben und dann habt ihr es auch schon dupliziert. Und das war dann wirklich auch schon der komplette Glitch. Also ihr seht, dieser ist wirklich sehr sehr einfach durchzuführen. Natürlich hoffe ich, wie immer, dass es euch gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir doch bitte ein Like da und eine konstruktive Kritik. Bis dahin, haut rein Leute, euer Crymax. Bis dahin, haut rein Leute, ich bin ja, 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 ich